weiter weg, weiter weg, weiter weg hast du dem einen Sniper Schuss reingehauen? ja, warum? wie viel hat der gezogen? ich halte zu viel, ich hab mich aufgeschaut versuch mal da rüber zu jumpen, ich hab's grad eben geschafft du kannst nämlich die Lautsprecher benutzen ach so, ach so, im Flug, ok nee, du kannst rüber jumpen, ich brauch' ich grad eben schon WTF? nach von da nee, nee ich bin schon von da rüber gejumped, wo du rüber gejumped bist ich hänge am Lautsprecher aber fest yeee, leck wunderbar wir wissen was passiert ich hab grad lags wunderbar, hammergeil ja, auch wenn man denn alter, was hängt denn das Spiel bei mir auf einmal? ich hab grad Framedrops jetzt geht wieder nicht boah, kotzt mich das an, hey verdammt, hab ich geschossen wunderbar, ja ich hab grad irgendwie die ganze Zeit geh meine Frames äh, hin und her hin und her, hin und her, hin und her was hast, leck mich ab eben passiert nix dahinten kann man schon spawnen ist ein Speicherpunkt war schon aktiviert, oder? ja oh, Freunde note das ne Herr der Ringe Anspielung was? das ne Herr der Ringe Anspielung wie ist der Ringe Anspielung? wie ist der Gekrauter? uh, der hat Granatwerfer ja, meine ganze Racketwerfer mein Zuge dafür drauf, dich zu heulen warum heilst du mich überhaupt? ffff ich hab mir die ganze Zeit was ist denn das für ein kurzes Ding da? äh ja, komm komm, Ballein weg oh, keine Muni mehr yay da hinten liegt fuck du kannst so ne Feldratte kicken ja, danke pam, 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 pam ich hab ihn immer runter geschossen läuft bei mir nette Minenratte hier da ist noch einer war hey, stell dich mal drunter Julian lass mal stell dich mal in das vor Ding nein komm schon tut nicht weh nein? nee, nee kannst drunter stellen weil ich hab ich auch grad gemacht kann man den in den Bus? nee nein, kann man nicht ich brauche langsam, ich brauche dieses Projektionsding ja, ich auch da snipe mal den einen da weg die Laborratte da snipe mal den einen da weg komm her was? achso was? kein Ding ja, genau, deine Haut ich verspeise deine Haut zum Frühstück oder so, ne? ich hab ne Säure Waffe drauf iridium da war noch was Gegner bist du lustig heute da hinten schießt einer mit Slack, was musst du da drunter knallen alter alter so in der Bohrratte weg wo ist'n da liegt nix und cool und cool ist weg Digga, wenn du nicht bald so'n Dingautomat kommt, renne ich schnell zurück und hol da Munition weil du keine Snapper Muni mehr hast ich hab gleich keine, überhaupt keine Muni mehr WTF, was musst du so viel schießen? ähm oh, oh, neue Freunde ja, hier oben ist das Zeug zu looten hehehehe ah, guckt er mich dumm an und BAM hehehe, scheiße ah, es hat sich gelohnt, kannst du mir kurz helfen? Julian ja danke ich hab'n Raketenwerfer die greifen gar nicht an alter, was war das denn bin ich grad eben wieder verrückt? ja ok ich hab'n 29 Sniper Schüsse ja, ich loot grade hinter uns'n Gegner hier ist schon klar, dass wir eine Mission haben hier, ne? na recht, und die ist? alter, hörst du euch überhaupt mal zu? nope beschaffe, sprengst du man merkt's du hast die Weichen nicht schnell genug umgelegt du musst den Wagen auf das tote Gleis gleichen hörst du zu, Nico? ich werd die ganze Zeit von Viechern angeschossen du kannst doch mal zuhören, das ist nicht so schwer nö, nö nö, doch hier soll ein Gegner sein so, wo kann ich denn die Weiche umlegen? da ist der ja so, Wagen starten da stellt man rum bleib da vor hier stehen, ok? ja alter kannst du eigentlich sterben in hohem Bogen und so weiter fährt der Wagen schon? alter gut gemacht jetzt schnapp für Flucht du bist echt stark du hast den Glück auf den scheiß Knopf drauf gedrückt, ne? alter guckst du mich irgendwie permanent an, oder? ich, äh, belebe dich die ganze Zeit wieder ja, das mein ich damit boah, dieses kleine Mongo-Fig, ne? zwerg ja, was kannst du eigentlich, lebst du wieder? ja, ich leb schon wieder steht doch oben, guck doch mal hin Bobby ah, wie du gar nicht lootest hier, schlimm, Alter fuck, ich hab noch, äh was hast du? fast keine Munni mehr und jede Menge Feldraten vor mir ja, ich hab noch ach, was, das lag mich viel Spaß damit danke au, ihr seht ihr oh, Feldrat ist weg muss ich hier den Slayer für dich spielen alter aua weg es ist scheiße, wa? ja, ich bin weg das blöde ist, da ist kein Laden das blöde ist, da ist kein Laden alter war das knapp hast du gesehen? ne das ist der sterb vor deiner Nase, ne? und dann boah, alter, ich bin eben verrückt gebobbt ich dachte, du warst schon wieder zurück nicht ja ne ja 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 Warte, jetzt nicht gleich alles looten. Da kurz durch. Oh shit. Da kurz mal ne ne, für mich nicht. Die SMG ist gut. Es ist... Lass kurz mal. Ja, warte, ich nehm mich mal. Das ist ein Sniper, oder? Ja. Ne, das ist kein Sniper, das ist ein MG. Das ist ein MG. Aber ich brauch was Alternatives zu meinen Snipern, weil ich fast kein Sniper ohne mehr. Ja. Musste mal aufleveln. Ich hab's schon auf maximal Level fast. Hast du schon die 100 gezahlt? Ne, das ist die nächste Ding, die ich machen muss. Ja, ich spare auch grad für Lister. Rucksack ist bei mir aber das nächste. Rucksack hab ich schon relativ hoch. Ja, da fehlt mir halt auch noch ein 50er. Da fehlt mir das 100er noch. Oh, die Sniper ist interessant. Gutes mal? Ne, ist die nicht, die ist schlecht. Das ist ja bloß schlecht schlecht, aber ich bin voll. Eine, die zieht 150 mehr. Und ähm... Naja, auch Feuerschaden halt. Übrigens voll. Soll ich nehmen? Äh, das nächste, oder? Warte, hab ich... Wie viel hab ich? Kannst du mir irgendwelche Bullshit abgeben? Ähm, fällt grad ein, wenn wir zurückrennen, dann können wir noch Dinge looten. Ich hab noch einen Arsch viel Platz, kannst du mir... kannst du Sachen zuwerfen? Äh, warte, ne, fast schon. Hast du vorhin nicht verkauft, oder wie? Ne. Uiuiui, dum dum dum. Dum 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 akk Achajaa... Wur müssen wir eigentlich hin? Zurück, oder? Ich denke schon. Ich fag grad auf dich... Da hinten gibt es doch wohl noch ne, äh, ne Quest. müssen wir lang warte kurz kommt zu dir hoch ich bin schon gesprungen da hinten gibt es noch eine quest nehmen wir an ach so da lauf ich gerade hin oder ja ja gut hülle loot 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 du hast gags hinter dir egal oh ähm bin einer anderen ebene die old miene ich weiß ja nicht hier ist halt nix ne oder was soll hier sein weiß nicht das hat echt nischt draußen schreien kinder rum bei dir auch ja bei mir schreien sie nur rum ähm keine ahnung hast du schon mal super natural gesehen oh pass auf wenn man aufs rad drauf springt macht es schaden boah alter du bist auch so brain rfk wieso? das war von der absicht wir müssen uns erst mal das gagbau finden und da das ding verplatzieren läuft oh munition echt? wo? ja die holfen hier kaputt machen ach so hm geld lass mich raten wir sind hier falsch natürlich wir nehmen doch erstmal die andere quest an du bob hier sind wir nicht freunde dann mach sie zu guten freunden hier ist auch glaube ich muni ja 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 hier ist muni im geschäft ja die meisten meiner wahren wurden toten abenteurer also habe ich immer bei left for that problem da massenhaft an waffen und so aber immer viel zu wenig muni wir sind auch wieder unten hier sind natürlich alle wieder respawned macht mein schild so bleibst du das ist die quest wir schon haben ja ich bin aber wir dürfen wieder hochlaufen da bringt nichts hier zu sein gell dach bloß doch kannst du verkaufen ach so wo ist das geschäft also warte mal wir sind da jetzt runter gesprungen ah ne warte mal ja wir können da wieder hochfahren warte kurz wo ist das geschäft nico geh doch um die ecke woho ja alter ja geh aber dazu ah ich sehe jetzt auf der karte meine fresse ey hab aber auch noch nicht verkauft war es mir noch nicht wert du hast keinen bock auf noch season ja nein wuuuuuuu du kannst dir aus dem lager einen bombenwagen besorgen schließe die tür am ende des gleises bevor die bombe sie erreicht du bist echt stark schaff das ding zu dem still gelegten eisenbahngreis und bring es auf kollisionskurs mit dem iridiumzug der sheriffs ja voll geil milltonne 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 eigentlich nicht ne so parkt julian ein guckt es euch an hör mal auf rum zu pusten nico lecker lecker wette ich bin vor dir da hm weiß ich jetzt nicht könnte man sich gar nicht losgelaufen wenn ich immer noch unten stehe ja eben ich habe auf die map geguckt eben ich bin auch nicht vor dir da eh doch ein bankraub jetzt wirds interessant schnappt sie euch jungs dieser schlava hat die bahn geknackt bländern wir den laden und halten den idioten ach scheiße wach leute erledige sie was ist das denn einer meiner slabs hat einen zünder für den bombenwagen vorbereitet du musst dahin bevor der zug losfährt ich erzähle dir jetzt was über brick wir schnappen ihn beim fall von newhaven er hat seine freunde nie verraten aber sein hündchen so ein kleines braunes fellknäuel als ich meine hände um seinen hals gelegt hatte drehte brick durch man hörte das gewicht kaum brechen so leid hat brick geschluchzt ich meine wirklich geschluchzt wie ein baby war ziemlich peinlich ich bin aufm weg ja ich hab grad nen bombenwagen platzieren müssen keine ahnung was es gebracht hat blinder fix die bank ne oder auch nicht ja du bist gleich tot ja du bist gleich tot aber muschis sind gleich tot ich hab ne richtig geile live regie ja ich nicht ich nicht ich nicht da drin gibt es mich noch scheiß rumkreislauf kommen wir da rein oh wunderbar ähm ja kleinen moment ich muss kurz telefonieren dann 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 Vielen Dank.